Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch den Afterpatch vom K2K Match Glitch zeigen. Ja, was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall wieder die Hilfe von einem Freund. Ja, begibt euch mit eurem Freund einfach zum LSK Meet, fordert euch das Auto an, von dem ihr die Settings übertragen wollt. In meinem Fall werde ich jetzt die Settings von meinem S schon hier übertragen. Wie gesagt, begibt euch dann mit eurem Freund zum LSK Meet, euer Freund. Steigt einfach schon in sein Auto ein. Euer Freund muss halt auch irgendein Auto dann anfordern. Und sobald euer Freund ins Auto eingestiegen ist, schickt ihr euch eine Einladung zu einem Sprint. Euer Freund öffnet halt das Interaktionsmenü, wählt dann dort einmal das Sprintrennen aus dem LSK Meet und schickt euch eine Einladung. Die Zeit kann es nochmal ablaufen lassen. Wie gesagt, die lassen die Zeit komplett ablaufen. Sobald wir jetzt in dem Sprint drin spawnen, öffnen wir einfach das Interaktionsmenü und begehen einmal Selbstmord. Sobald wir spawnen, öffnen wir einmal das Handy, rufen eine Mechaniker an und fordern uns einmal das Auto an, wo die Settings drauf sollen. In meinem Fall nehme ich einfach jetzt den neuen Torero XO, der heute rausgekommen ist. So, wir bestätigen das Auto aber jetzt nicht. Wir drücken, wir halten einmal Dreiecke drückt. Ihr werdet dann unten rechts sehen, dass sich die Leiste füllt. Und jetzt gibt es einen kleinen Timing-Part. Und zwar müsst ihr einfach nur Dreiecke drückt lassen. Ungefähr drei Viertel, wenn die Leiste drei Viertel voll ist, ungefähr so drei Viertel voll. Müsste ich einfach nur noch X dazu Spam. Aber wichtig ist, Dreieck müsst ihr noch gedrückt lassen. Wir halten die ganze Zeit Dreiecke drückt. Drei Viertel voll aufladen lassen, X durch Spam. Ist halt ein kleiner Timing-Part. Könnte schon mal ein paar Minuten dauern. Aber wenn ihr es einmal raus habt, dann geht das auf jeden Fall zügig. In meinem Fall hat das jetzt auch jetzt knappe 6,5 Minuten gedauert. Und ihr seht, ich spawn auf jeden Fall jetzt schon mit dem neuen gemerchten Auto. So, ja, der einzige Nachteil daran ist, dass ihr leider die Kennzeichen, also die gemoddeten Kennzeichen nicht übernehmen könnt. Aber ansonsten werden alle Settings übernommen. Und ja, bekippt euch dann jetzt einfach zum LSK-Mit. Dort angekommen, muss dann euer Freund einmal dann entweder die Sitzung verlassen oder einfach das Rennen verlassen. Und dann könnt ihr auch ins LSK-Mit reinfahren. Wir fahren dann ins LSK-Mit einfach rein, ändern irgendwas an dem Fahrzeug, ändert jetzt die Panzerung. Was ihr ändert, ist ganz egal. Und damit habt ihr schon das erste Auto abgespeichert. Ich kann es erst mal zeigen, wie das auch funktioniert hat. Ich lagere das Auto einmal ein. Öffne dann einmal das Handy. Mechaniker anrufen. Ruf jetzt genau wieder das Auto an, was ich mir jetzt gerade gemercht habe. Das Auto stand in der Arena-Werkstatt. Und wenn das Auto hier geliefert wird, werdet ihr sehen, dass sich das Auto auch gespeichert hat. Und ja, jetzt kann ich euch mal gerade noch zeigen, wie wir uns noch das zweite Auto merchen. Dafür begeben wir uns dann wieder in einen LS Customs. Dafür begeben wir uns dann wieder zum LSK-Mit. Wir fordern uns das Auto an, von dem wir dann die Settings übertragen wollen. Unser Freund lädt uns wieder zum Rennen ein. Wir lassen die Zeit dann wieder ganz normal ablaufen. Sobald das Sprintrennen gestartet hat, Interaktionsmenü öffnen und wieder Selbstmod begeben. So, wir öffnen wieder das Handy, rufen den Mechaniker an. Wir fordern uns dann jetzt wieder das Auto an, wo die Settings dann drauf sollen. In meinem Fall habe ich jetzt in der Arena-Werkstatt noch das zweite Auto, auch was heute rausgekommen ist, Corsita. Wieder Dreiecke drückt lassen, drei Viertel voll werden lassen, ungefähr die Leiste dann X durchspammen. Wie gesagt, ist ein kleiner Timing-Part. Und dann werdet ihr auch wieder mit dem nächsten gemerchten Auto spawnen. Ja, jetzt begeben wir uns dann wieder zur LS Customs. Unser Freund verlässt wieder entweder die Sitzung oder das Rennen. Wir fahren dann in das LS Customs rein, speichern, äh, ändern wieder irgendwas an dem Fahrzeug. Was wir ändern, ist ganz egal. Wieder rausfahren. Jetzt kann man das Auto einmal einlagern. Ich fordere wieder das Auto nochmal neu an. Und ihr seht, dass ihr das Auto auch abgespeichert habt. Und, ähm, ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.